Sie hören im Hintergrund den Lärm der Aufbauarbeiten. CDU TV meldet sich direkt vom Parteitag in Karlsruhe mit neuem Internet-Fernsehprogramm und einem neuen Gesicht. Claudia von Brauchitsch ist bei uns und verstärkt jetzt das Team von CDU TV. Vielen Dank, Markus. Ja, und wir haben für Sie in den nächsten Tagen jede Menge Programm. Es gibt einige Reportagen hier zu sehen bei CDU TV, viele PKs natürlich und die Reden der Parteivorsitzenden und des Generalsekretärs in voller Länge hier bei CDU TV. Ja, Sie sehen bei uns auch Sachen exklusiv und hinter den Kulissen, die es nur bei CDU TV gibt. Zum Beispiel eine Reportage über die Delegierte mit der längsten Anreise. Die Dame kommt aus Rügen. Oder den Delegierten mit der kürzesten Anreise, der aus Karlsruhe kommt. Wir haben im Programm für Sie ein Feature über unsere erfolgreiche Redaktion. Aktion natürlich, unser Land. Aber auch unsere Redaktion werden Sie kennenlernen bei einem Rundgang mit Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler. Hier schon mal die ersten Ausschnitte. Also, es lohnt sich dabei zu sein, exklusiv und hinter den Kulissen vom Parteitag. Das gibt es nur hier bei CDU TV. Bleiben Sie bei uns.